Schwacher Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt. Es gibt zu viele Krisenherde und das macht sich auch in der Kursentwicklung bemerkbar. Dementsprechend der DAX am Nachmittag rund 1% im Minus. Dabei waren wir noch relativ unverändert in den Handelstag gestartet. Aber dann setzte sich die Skepsis immer mehr durch, denn wir haben nach wie vor den Nahostkonflikt. Wir hatten Probleme zwischen Russland und der Ukraine. Die Frage, wie geht es mit Sanktionen gegenüber Russland weiter. Russland selbst hat auch Gegenmaßnahmen angekündigt. All das drückt natürlich auf die Stimmung. Und eine portugiesische Bank macht uns auch mal wieder Magenschmerzen. Esperito Santo, der größte Anteilseigner, hat am Wochenende Insolvenz angemeldet. Und nun befürchtet man, dass sich das eben auch auf die Bank auswirkt, wenn die Mutter solche große finanzielle Probleme hat. Das hatte die Aktie in den letzten Tagen schon belastet und auch im Bankensektor für eine gewisse Unruhe gesorgt. Also das die Themen, die die Börsianer beschäftigen. Auf der anderen Seite gab es wenig Positives. Also heute kaum Konjunkturdaten und auch keine großen Unternehmen, die uns mit Quartalsberichten hätten positiv überraschen können und so die Stimmung ein bisschen auflockern können. Aber es gibt Aktien, die auch positiv im Fokus stehen. So beispielsweise Sky Deutschland mit einem Plus von rund 3% der größte Gewinner im MDAX. Und das liegt an sogenannten Verkaufsplänen. Denn die britische B-Sky-B könnte möglicherweise Sky Deutschland kaufen. Und dann gibt es ein Angebot für die Aktionäre. Also die noch freien Aktien würden dann quasi verkauft werden. Man würde ein Übernahmeangebot an die Aktionäre machen. Allerdings sagt man da ganz klar, würde man sich nur an die gesetzlichen Vereinbarungen halten, also den Mindestpreis bezahlen und keine großen Kursaufschläge als Geschenk oben drauf packen. Nichtsdestotrotz, die Pläne kommen am Markt gut an, die Aktie deutlich vorne. Und es gab ja im Frühjahr bereits solche Pläne oder beziehungsweise die Spekulation auf solche Pläne. Und das hatte der Aktie auch schon Rückenwind verliehen. Dann kam sie zwischenzeitlich wieder zurück. Jetzt die Pläne des Verkaufs. Und Sinn und Zweck ist, dass wieder Geld in die Kassen von Robert Murdoch gespült wird. Denn er möchte den Rivalen Time Warner übernehmen. Und dafür benötigt er noch etwas Kleingeld. Übrigens, auch Sky Italia wäre von diesen Plänen betroffen. Ansonsten Software AG und SAP im Fokus. Es gab ja immer wieder Gerüchte am Markt, dass SAP möglicherweise einem kleinen Tech-Dax-Unternehmen Interesse haben könnte. Das wurde jetzt am Wochenende ganz klar dementiert. Und beide Aktien sind heute im Minus zu finden. Die Stimmung an der Euwax hat sich heute ein paar Mal gedreht. Zunächst waren die Anleger in Anbetracht der Kursverluste wieder optimistisch. Der Stimmungsindikator im Plus. Als dann der DAX sich etwas erholt hat, wurden die Kurs versilbert. Mittlerweile setzt man wieder auf eine kleine Erholung. So nach dem Motto, politische Börsen haben kürze Beine. Ansonsten der Nasdaq noch im Fokus der Anleger. Es gab eine Kaufempfehlung. Puts sind hier gesucht. Puts sind hier gesucht.